Hallo aus Benissa. Benissa ist eine der Perlen, die sich hier an der Küstenstraße wie ganz teure Perlen aneinander rein, wunderschöne Städte so wie Moraira, Tiulada, Benetacell und so weiter. Wenn man den Himmel so sieht und man vor allen Dingen die Temperaturen spürt, dann glaubt man nicht, dass es Mitte Oktober ist. Wir wünschen uns natürlich alle, dass das lange so bleibt, aber wir wissen auch, die Tage werden kürzer und die Temperaturen gehen zurück. Wir hier in Spanien halten uns dann viel mehr innen drin auf als draußen und so manch eine private Köchin oder ein privater Koch hat wieder Zeit und Muße, neue Rezepte auszuprobieren. Deshalb hat sich das Team von UBS Webseite dazu entschlossen, ihnen in den kommenden Wochen die bayerische Küche näher zu bringen. Insbesondere aber die Münchner Schmanker, die Münchner Spezialitäten. Einmal in der Woche sind die in Zukunft dabei. Sie sind live dabei beim Zubereiten, sie sind live dabei beim Kochen. Aber um in den wahren Genuss zu kommen, müssen sie natürlich nachkommen, das ist klar. Das heißt, sämtliche Rezepte können sie nachlesen und sie sich auch natürlich ausdrucken. Ich mache mich jetzt wieder auf den Nachhauseweg und freue mich schon, wenn wir uns bald in meiner Küche kennenlernen. Wenn es einmal in der Woche heißt, bayerisch kochen mit Ulla. Ich wünsche euch allen jetzt schon einen guten Appetit. Bis bald. Servus, es wird spannend. Servus, es wird spannend.